So, Philo, willst du dein Futter? Oh, guck mal, fein. Ist es lecker? Schnupper mal dran. Hab ich da eben neu gemacht. Willst du mal mit? Ja, guck mal, ja, da ist er. Komm, ja, komm, komm. Ist es fein. Magst du haben? Ja, Mann, mach mal, hopp. Ja, guck mal, du isst es. Aber die Gabel machen wir vorher noch raus, gell? So, da lass das mal schmecken, mein Süßer, gell? Guten Appetit.